Herzlich Willkommen Ich hoffe, mein Herz ist das ganze Schmatzen, so richtig laut, extrem, so richtig unangenehm Ich esse hier gerade Toffee-Fee Und wir sind bei 140, oder? Oh, das ist im echten Leben Irgendwas macht hier gerade so ein Spinnengereich Was war zum Glück, nur ne echte Spinne Obwohl mit Glück auf Redstone ist, dann kriegst du echt hammer viel raus Ich hab Bock auf die Toffee-Fee Die schmecken richtig geil Ich weiß nicht, ich hab die früher nie gemocht, aber irgendwie Jetzt find ich die richtig lecker Natürlich noch nicht Sorry, wurde unterbrochen Ich hab auch von zu kauen, weil wir sind so lecker Ich weiß, jetzt werden wir dadurch ruiniert Oh, dann gab's nicht viel zu ruinieren Okay, jetzt esse ich erstmal keine mehr Ich muss standhaft bleiben Okay, also wir fahren jetzt erstmal die ganzen Redstone Dinger ab Und versuchen so viel Gold und Eisen zu bekommen, wie es nur geht Um danach erfolgreich einen Bahnhof zu machen Jetzt verschlucke ich mich noch unter Oh je So Ich brauch erstmal ein bisschen Cobblestone Oh, wir können uns auch in die Richtung Äh, da ist Da ist Kies, das mag ich nicht, ne So Bisschen Eisen Zack Ist eigentlich voll der schöne Wetter draußen Ich weiß nicht, warum ich daheim hocke und Minecraft spiele Ah Weil ich eigentlich lernen muss Stimmt, da war ja was Und, ist da runter Lava? Nein Aber da runter wahrscheinlich Sehr wahrscheinlich So 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 Hä? Okay Das kann jetzt trotzdem eine hohe Wahrscheinlichkeit haben Dass da Lava ist Ah, aber da Nee Und da Nee Ah, siehste, ich bin gut Hm Das geht aber weiter Aber ich glaub da ist nix Oh, da ist ja noch Redstone Ui Komm her Zack Ich hab jetzt Melzens Deck Und nochmal einen neuen Eisen bekommen Gut Dann graben wir uns hier entlang Nochmal Da fehlt Da fehlt Lava Was ist denn da? Da ist ein Loch glaub ich nach unten Interessant Vielleicht ist da Dieses Void Dieses Loch im Bedrock Das man durchfallen kann Puh Das wär interessant Mann Das ist ja auch noch Dreck Oh, das ist das andere Stein Zack, zack, zack Und irgendwann sollten wir ja wieder zurück An unsere komische, hästige Basis da kommen Hm 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 Interessant Warte mal, haben wir uns tiefer gegraben? Nee, ne Wir blieben immer dieselbe Höhe Glaube ich Oh, das schaut interessant aus Hä? Doch, wir haben uns tiefer gegraben, sag ich doch Hä? 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 Warte, nein Äh, nach da graben würden So, dann würden wir auch gleich darauf stoßen Jetzt, nein Jetzt, nein Hä? Hä? Wie weit war das Ding noch entfernt? Ah, hier Doch, eins tiefer, sag ich doch Ja Ja Dann tun wir die Scheiße wieder hier her Eisen So, damit jetzt das ganze nicht verschwendet wird Für Für so 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 Du 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 Versteht dich, ihr versteht mich doch, oder? Ja So Hören wir uns mal jetzt in die Richtung Wahrscheinlich jetzt, da ich eine Eisenhacke habe, habe ich viel weniger Glück Ich muss die wegtun, dann habe ich viel mehr Glück Hm, soll ich das wagen? Soll ich das machen? Und ich habe bald keine Äh 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 Keine Fackelne mehr Warum jetzt eigentlich diese verschiedene Steinarten, die bringen dir doch eigentlich gar nichts Oh, Kohle Dankeschön Ja, komm, hab ich jetzt wirklich gesagt, ich brauche Fackeln Hat mir die Naturgöttin Kohle geschenkt Ja, Dankeschön, Dankeschön Oh, ist sogar ganz so viel Relativ viel Kohle Ich weiß auch nicht, warum ich das abbaue Wow Chill, Lava Chill dein Glied So Chill dein Leben, ey Oh, Rates Stone Siehst du, ich wäre einfach nur blindlings daran vorbeigelaufen Oder blind... doch, links davon Ich wäre blindlings davon weitergelaufen So Ganze Redstone Zack, zack Und da wäre ich jetzt auch irgendwie Ah, das ist nur so ein random Lavabecken, ja Wow Boom, boom Ich glaube, das ist das Lavabecken von da hinten Vermute ich mal, ja Ja Kann gut, sehr gut möglich sein Ja, da ist das fließende Lava, genau So Dann buddeln wir uns einfach mal weiter Ja Nein, zum Glück bin ich nicht weitergelaufen und hab mir in die Nase gekratzt, also wäre es jetzt im Lava Shit Ne, ne, auch nicht Ne, ne, auch nicht Hier ist auch klar, ne Oh, jetzt kann ich mich einfach weitergraben Yay Kohle Schon wieder Langsam haben wir wieder zu viel Kohle Ich raue mich jetzt nur noch geradeaus Boom, boom I want you in my room I want jddddd Und ich habe noch kein einziges Gold gefunden, war so einer Scheiß Ich brauche Gold, 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 Gold Ich brauche Gold, Gold Oh, das ist die letzte Wackel Äh, ich brauche Diamant Nice Nice Ich finde jetzt mehr Diamant als Gold Okay, nehme ich Scheiß auf dieses Glück So, Redstone auch noch Boah, Alter, ich bin rich Wozu brauche ich dieses extra Lock Bonus Ich habe genug Diamant für ne Hau Ich habe genug Diamant für ne Hau Aber nichts weiter Das reicht mir nur für ne Hau Warte mal Cobblestone Hier war ich schon mal Oh Ah, da ist Cobblestone, ich glaube ich war hier schon mal Ja, ich war hier bestimmt schon Na, also ich gehe zurück Hauen wir noch ein bisschen Kohle Ah, das schwirrt ja auch Wäre ich jetzt mit den Diamanten gestorben Oh, dann wäre ich böse auf mich Dann wäre ich sauböse auf mich Weil normalerweise, weißt du wirklich immer die Shift-Taste Bloß diesmal habe ich ihn nicht gedrückt Der ist ja knapp Komm, Level 30 schaffe ich ja noch Oder? Geht das so schnell? Ich weiß ja nicht Mein ganzes Let's Play, ich glaube ich habe noch gar nichts verzaubert Bin immer noch Level 30 Doch, jetzt bin ich 30 Guck, ich bin Level 30, hab Diamanten Ich habe einen leckigen PC Was soll denn das gerade? Warum liegt das so stark? So, die Gesteine tun wir wieder zurück Und zack, hier haben wir schon mal ein paar Sachen, die wir feiern Diamanten haben wir jetzt 5 Stücke Und nochmal 7 Eisen Interessant Sehr interessant Gut Was machen wir jetzt? Graben wir weiter? Ich weiß es nicht Graben wir uns hier weiter, vielleicht finden wir hier auch noch was Ah, ich weiß was ich wollte Fackeln Wann will ich nicht lang rumfackeln, ne? Zack, jetzt habe ich 32 Dann tun wir da rein Und buddeln uns weiter So Bis ich irgendwas finde Mache ich das Video noch Außer ich finde jetzt Gold Dann mache ich sofort Ende und sage Fick du mich Ha 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 Aber ne, sowas mache ich nicht Und dann finde ich nur Kohle und sage Boah, jetzt bin ich glücklich Also Ah, Emerald, nice Oh nein, bis ich irgendwas finde, was ich wirklich brauche Warte mal Die sind zu früh gesetzt Ich brauche am wichtigsten Grad Gold Ich brauche als wichtigstes Brauche ich das Gold Und ich kriege aber kein Gold Und ich kriege aber kein Gold Ich weiß nicht warum Ich brauche Gold Man kann ja für Gold in die Hölle gehen und dann diese Nuggets abfarmen Das geht doch Das kann man machen Will ich das? Nee Vor allem Bei mir sind noch nicht so viele Zombie Pigments Oh Aber das ist nice One Two Three Four Five Six Das war's Schade Oh leck, 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 leck Ja gut Dann grabe ich mich weiter Bis ich entweder Diamant Eisen Nicht Habe ich jetzt gefunden Ja, Eisen brauche ich eh nicht so krass Dringend Eisen findet man ja auch relativ fix Aber ich brauche ganz viel Gold Wenn ich Gold finde, mache ich aus Und Redstone habe ich langsam glaube ich auch sogar genug So, und es windet langsam sehr Ui, schönes Wetter, aber es windet langsam Alter, warum leckt mein PC? Was läuft hier grad? 15 Frames Das kann doch nicht sein Ich will die 60 haben Mensch Gold I will Gold haben Ich will Gold haben Ich will Gold Irgendwas stimmt hier nicht Es gibt keine Höhle Und ich finde die ganze Zeit Emeralds statt Gold, ne? Gibt's in diesen Extreme Hills kein Gold oder was? Sondern nur diese Emeralds? Das wird mir einiges erklären, ne? Weil ich habe schon ein bisschen mehr Emeralds bekommen als Gold Aber ich will Gold haben Und wo ist das eigentlich? Du, 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 du Ich weiß nicht, von irgendwoher kenne ich das Ja Das mit der Fakte checke ich immer noch nicht aus Jetzt geht's Ich glaube ich buddel mich die ganze Zeit außenrum vom Gold Ich glaube ich buddel mich die ganze Zeit außenrum vom Gold Das kann doch nicht sein, dass ich echt kein einziges Gold finde Aber zweimal Diamanten, ne? Äh, paar, ganz oft Lapis Lazuli, ganz oft Redstone, mega viel Eisen Und Kohle Das kann doch nicht sein, dass ich einfach gar kein Gold Genau, wo ich mich beschwere Also, extrem beschwere, ich beschwere mich schon die ganze Zeit drüber Gut, ich habe vier Gold Ne? Ich glaube nicht später weiter Obwohl, mache ich jetzt, ne, mache ich jetzt nicht Ich glaube nicht nach da Jetzt habe ich in die Richtung schon Gold bekommen Jetzt glaube ich nicht in die Richtung und finde eine Höhle Mit Gold Jetzt habe ich Glück Jetzt habe ich Glück im Leben My life is complete Ist hier noch irgendwo was? I wanna see your rainbow high as God I wanna see you and me on a bird flying away And I hope to see your smile every night and day Ich habe Gold Jetzt müssen sie sterben Boah, ich habe eigentlich mal Gold, ey Scheiß auf Diamanten, ich habe Gold Eigentlich ist es Gold Höh Fuck, ey Ich hatte Eigentlich Gold Jetzt verkack ich da Ah Ich renne jetzt runter Bis ich unten bin, ist ne neue, wieder fünf Minuten vergangen Man Ich habe es einmal geschafft hoch zu springen, aber ich habe nicht geschafft einen Block unter mich zu setzen Das ist aber viel zu hektisch der ganze Scheiß Und abbauen kann ich ihm dabei nicht wirklich, das dauert auch noch viel zu lange Deswegen hoffe ich jetzt einmal mal, dass ich so schnell wie möglich runter komme Und das Zeug finde Oh man, ich war so glücklich Ich wollte eigentlich einen Part aus, ich hätte den Part einfach ausmachen sollen Und zurückgehen und mein Gold lagern sollen Weil mein Gold ist echt wichtig Ich Ich brauche die ganzen Powerdrails bis ich zu meinem ersten Haus komme, man Ich habe nicht so viel Ich nehme hier ein Schwert Und das war's Mehr kann ich auch nicht machen Ich hoffe ein paar Items haben Ich hoffe einfach Ein bisschen irgendwas hat es überlebt Irgendwas, bitte irgendwas einfach nur Eigentlich ist mir die ganze Scheiß So egal, außer Die, falsche Richtung Außer die Diamanten, die Die habe ich ja gebunkert Die, ich sehe die, ich sehe das Gold Oh, es leckt es, fuck es leckt übel So, das habe ich gerettet Ja, mein Gold habe ich gerettet Und Schuhe Das war's Nice Und beide Spitzhacken sind weg, fuck Sieh da oben was, nee Äh, Fackeln sind, okay Vieles ist weg, aber Ist mir wurscht, ich habe mein Gold Was ist das hier eigentlich? Wow Lavawasserfall Interessant So Okay, wir erkunden es später weiter Ich bunkere jetzt erstmal